Oder zumindest, formulieren wir es so, das Potenzial ist sehr groß, bei den Erdarbeiten über den Tisch gezogen zu werden. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Ja. Okay. Also, heute reden wir über Erdarbeiten. Ja. Der Flo hat heute fünf Tipps mitgebracht, auf was ihr achten müsst. Genau. Genau, Flo, erzähl uns doch gleich mal. Soll ich einfach mal erzählen? Also pass auf, die Erdarbeiten sind, und das ist, glaube ich, was viele so belegen können, oder was halt viele, was man auch in so Gruppen liest, wenn man da unterwegs ist als Bauherr und wenn man sich irgendwie informieren will, stolpert man, glaube ich, immer wieder über dieses Thema Erdarbeiten. Weil es halt einfach die Blackbox überhaupt ist beim Hausbau. Schwer einzuschätzen. Schwer einzuschätzen. Ja. Und das können wir uns bestmöglich darauf vorbereiten. Und das ist so ein bisschen das. Und da ist der erste Tipp, haben wir auch schon oft gesagt, macht zuerst ein Bodengutachten und die Höhenvermessung des Grundstücks. Also auch wenn das Grundstück erstmal eben aussieht, kann es trotzdem sein, dass es ein leichtes Gefälle hat, was für die Erdarbeiten wieder teurer wird. Okay. Genau. Wenn ihr die Infos habt, also was für einen Grundwasserstand habt ihr, was für eine Bodenklasse an sich, was für ein Setzungsverhalten hat der Boden, was für eine Bodenpressung habt ihr, welche Schichten, welche Gesteinsschichten, dann kann man deutlich besser sagen, was brauche ich denn an Erdaushub, was brauche ich an Verfüllmaterial, was brauche ich an Abtransport auch, wenn ich auch weiß, wie viel wird da überhaupt dann abgegraben, dann kann ich auch wieder sagen, und das ist vielleicht auch noch ein Tipp, bei dem man ein bisschen nachdenken müsste, da komme ich dann gleich nochmal drauf, aber vielleicht kann ich ein bisschen Erde auch am Grundstück verteilen, muss es dann gar nicht auf die Deponie fahren, was wieder mehr kosten würde. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall so ein paar Sachen, die ich eben durch das Bodengutachten und die Höhenvermessung schon rausfiltern kann und ich glaube, oftmals, wenn man das halt über die Baufirma machen lässt, dieses Bodengutachten, wird es relativ spät gemacht, was nicht so gut ist, weil dann habe ich schon die Baugenehmigung, dann war ich vielleicht schon bemustert und dann wird irgendwann erst dieses Bodengutachten gemacht und dann erfahre ich erst die Mehrkosten, muss dann wieder nachfinanzieren und dann wird es richtig teuer. Ich dachte auch immer, dass man das Bodengutachten auch braucht, um zu wissen, wie man bewähren muss. Genau. Ja. Braucht man eigentlich auch. Richtig. Dass du auch weißt, wie viel Stahlanteil brauche ich überhaupt in der Bodenplatte oder in der Kellerdecke und so weiter. Das heißt, auch da ist es natürlich sinnvoll, das so früh wie möglich zu machen. Und das ist eigentlich so der zweite Tipp. Also A, macht es überhaupt und B, macht es halt wirklich so früh wie möglich. Ja. Genau. Tipp Nummer zwei. Und das ist auch wieder was, wo man so ein bisschen nachdenken muss. Vertraut da nicht auf die Angaben von den Verkäufern im Musterhaus oder von den Firmen, wenn irgendwas auf dem Angebot draufsteht, von wegen, ja, für Erdarbeiten oder für Baunebenkosten haben wir die, die und die Positionen und da setzt man ungefähr diese Erfahrungswerte an, ne. Also ich höre es ganz oft, wenn Bauherren zu mir kommen und sagen, ja, das Angebot, das fand ich schon sehr transparent, weil da wurden mir schon Positionen für Baunebenkosten aufgeschrieben. Oder, oder noch besser, ja, ich habe schon mal selber verglichen und die eine Firma ist mit Baunebenkosten bei X, Summe X, ne, und die anderen sind auch mit Baunebenkosten, die haben da aber weniger reingerechnet, sind die bei Summe Y. Macht überhaupt keinen Sinn, das zu vergleichen, weil sowieso, also die Baunebenkosten, die hast du bei jeder Firma, egal wie es ist. Natürlich gibt es auch da Unterschiede, weil eine Firma vielleicht schon wieder die eine oder andere Arbeit mehr mitmacht als eine andere, ne. Ist aber eher selten. Also die meisten Firmen machen da die gleichen Arbeiten und bei den, also bei den meisten Firmen hast du auch dieselben Nebenkosten nochmal, um die du dich selber kümmern musst. Ja. Und das ist halt genau das Ding. Deswegen, da nicht auf die Angaben vertrauen, sondern ich habe schon ganz oft das Thema gehabt, ja, da wurden die Erdarbeiten damit, weiß ich nicht, mit 20.000 Euro angesetzt. Was stimmen kann, was aber halt auch nicht stimmen kann. Ja. Vielleicht bist du 30.000 Euro zu niedrig. Das sind dann halt 30.000 Euro. Genau. Und man kann halt den Verkäufern und so eigentlich auch keinen Vorwurf machen, weil die geben halt, das ist ja auch nur ein Standard, der da rauskommt. Ja. Ja. Und auch keine Ahnung, die haben sich das nicht vorher angeguckt, die haben das Bodengutachten auch nicht gelesen. Und bevor man ein Bodengutachten und so weiter hat, kann man ja auch keine wirkliche Aussage treffen. Ne, deswegen, auch da muss man ja mal nachdenken, was haben die mir da jetzt für eine Einschätzung gegeben? Die kann ja gar nicht auf das Grundstück beruhen. Ne, ist ja, ist ja völliger Quatsch. Und genauso, wenn man dann so eine Range kriegt zum Beispiel von, ja, Baunebenkosten, sie sollten sich 30.000 bis 70.000 Euro auf die Seite legen. Ja, okay, das ist jetzt halt auch noch nicht, ne. Und da ist halt jeder Bauherr, also da seid ihr wirklich in der Verantwortung, weil es euer Geld ist am Ende des Tages. Ne, das ist eure Finanzierung, eure Finanzplanung und wenn es halt nicht passt, ist leider auch euer Problem, weil alle immer sagen, ja, das sind halt Zirka-Werte und keine Ahnung. Also es gibt ja keinen, der dann sagt, ja, bei uns kosten die Nebenkosten oder bei uns sind die Baunebenkosten so und so viel und das ist verbindlich, weil die führen ja die Arbeiten auch gar nicht aus. Ja, das gibt's nicht. Also von dem her, da nicht drauf vertrauen, sondern wirklich immer selber in Erfahrung bringen, was jetzt kommt, was an Nebenkosten anfällt und vor allem eben, was bei den Erdarbeiten anfällt. Wie macht man das jetzt? Genau. Wie macht man das jetzt? Das ist jetzt die spannende Frage, ne. Weil es gibt ein paar Dinge, wie ihr selber schon einschätzen könnt, was denn so an Nebenkosten noch auf euch zukommt oder ob ihr jetzt eher eine normale Situation habt, wo man so von normalen Erdarbeiten ausgehen kann, wenn es überhaupt, ne, wenn es das überhaupt gibt. Ja. Oder wo ihr schon auf jeden Fall Mehrkosten oder mit Mehrkosten rechnen müsst. Und das ist halt sowas, ihr könnt zum Beispiel gucken, wie weit ist der nächste Kanalanschlusspunkt weg? Also sprich der nächste Gullideckel im Endeffekt. Ja. Weil wenn euer Haus, also im Standard, wenn man so die normalen Erdarbeiten annimmt, dann ist man da bis zu 10 Meter, bis zum nächsten Kanalanschlusspunkt. Wenn das Haus aber relativ weit hinten aufs Grundstück gestellt wird und die Straße ist hier vorne, ne, ist natürlich bei größeren Grundstücken, wo man wieder ein bisschen mehr Luxus im Endeffekt auch hat, ne. Aber wenn das halt eine relativ lange Zufahr zum Beispiel ist oder sowas, es gibt Grundstücke, die sind ein bisschen komisch geschnitten, werden diese Arbeiten wieder teurer, weil ihr halt eine sehr viel längere Strecke habt, wo dann wieder die Kanalarbeiten, die Revisionsschächte und so weiter gegraben werden müssen und dann wird es natürlich teurer. Genauso natürlich bei Hanglage, wenn ihr wisst, wir haben eine Hanglage und wir haben das und das Gefälle am Grundstück, deswegen ist auch diese Höhenvermessung da so wichtig, weil dann kann man erst einschätzen, wie teuer werden die Erdarbeiten und was kommt denn überhaupt noch dazu, also wie eine Stützmauer, wie Drainagen und sowas, das würde ich auch alles zu den Erdarbeiten zählen, weil es halt dafür, also Erdarbeiten jetzt mal ganz breit gefasst als das Thema, was muss ich tun, damit das Grundstück so vorbereitet ist, dass das Haus und die Bodenplatte gelegt werden kann oder das Haus gestellt und die Bodenplatte gelegt oder eben der Keller gestellt werden kann. Das heißt, da so ein bisschen, also ein Anhaltspunkt, wie weit ist es vom nächsten Kanalanschlusspunkt weg, so 10 Meter, dann seid ihr eigentlich in so einer normalen Range noch, alles über 10 Meter oder mit einer längeren Zufahrt oder zweite Reihe oder sowas, da müsstest du ja theoretisch irgendwo unten durchgraben, was auch wieder schwieriger wird, also da könnt ihr dann auf jeden Fall schon mal wieder Mehrkosten einrechnen. Wie hoch die sind, liegt ganz an den örtlichen Begebenheiten, weil der Tiefbauer vor Ort, die haben ja keine, weiß ich nicht, wie die Architekten oder Notare, dass die so eine Gebührenstruktur haben oder so eine Verordnung halt, sondern da kann jeder verlangen, was er will. Und da werde der Weisen nie im Münchner Speckgürtel natürlich mehr zahlen als im Bayerischen Wald oder irgendwo im Thüringer Wald oder sonst wo. Auf jeden Fall, ja. Genau. Deswegen, und das ist Tipp Nummer 4, würde ich auch immer, und so empfehlen wir es ja beim Haus auch, einfach mehrere Angebote einholen. Also auch hier sehe ich auch oft Bauherren, die sagen, ja gut, ich habe jetzt halt ein Angebot für die Erdarbeiten, liegt da und da und dann nehmen die das als gegeben, dass halt die Erdarbeiten dann das und das kosten. Aber, und ich will jetzt nicht sagen, dass man da über den Tisch gezogen wird, aber die meisten Bauherren werden halt wahrscheinlich bei den Erdarbeiten, oder zumindest formulieren wir es so, das Potenzial ist sehr groß, bei den Erdarbeiten über den Tisch gezogen zu werden. Warum? Weil ja kein Mensch nachvollziehen kann, wie viel Verfüllmaterial, wie viel Abfuhrmaterial, wie viel LKW waren da jetzt wirklich notwendig, um das zu machen, wie viele Baggerstunden, das kann man vielleicht noch, wenn man sich daneben setzt, kann man es noch zählen. Wenn dafür jemand Zeit hat, ja. Aber es ist halt trotzdem, man muss dem ja auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringen, sozusagen, weil man selber weiß es einfach nicht und kann es nicht bewerten, was da jetzt wirklich an Leistung notwendig ist. Und das ist halt so ein bisschen das Thema, wenn man mehrere Angebote einholt und die liegen alle um denselben Dreh und die haben auch in den Angeboten alle so dieselben Kubik-Angaben und so weiter, dass du wirklich ein bisschen einschätzen kannst, ah okay, so viel Verfüllmaterial ist wirklich nötig und so weiter, dann hast du natürlich wieder eine bessere Grundlage, um es überhaupt bewerten zu können. Wenn du jetzt drei oder vier Angebote einholst und du merkst, ah der eine, der sagt, oh ich brauche irgendwie die doppelte Kubikmenge, wie jetzt bei den anderen, kannst du vielleicht davon ausgehen, dass da gar nicht so, ne, dass vielleicht eher die anderen drei dann richtig liegen. Ja. Also ich würde da immer ein bisschen gucken, okay, wenn du jetzt drei Angebote hast, die im selben, in der selben Range sind und einer sticht jetzt komplett raus, ähm, werden wahrscheinlich die drei schon irgendwo realistisch sein. Die werden schon mehr Recht haben. Wahrscheinlich, ne, weil es halt einfach die größere Datenbasis ist in der Hinsicht, ne. Und, ähm, genau. Also da immer Angebote einholen und am besten auch immer von örtlichen Anbietern. Also es gibt auch viele Bauherren, die fragen mich, ja, ähm, die Baufirma, ne, die Fertighausfirma, würde die die Erdarbeiten auch mitmachen? Ähm, nee. Also machen die zum einen nicht, weil haben die ja auch wieder gar keine Kompetenz da drin. Ne, die können Holz. Ja, ist nicht der Gebiet eigentlich. Genau, ist nicht deren Gebiet. Und deswegen würde ich auch immer mit einem örtlichen Anbieter machen, weil es halt einfach wieder Geld kostet, einen Bagger über die Autobahn zu transportieren, ne. Und wenn der halt einen kurzen Weg hat, dann ist das immer die beste Variante. Und, ähm, deswegen also einfach mehrere Angebote einholen, wie beim Haus auch, wie beim Keller auch, wie bei der Solaranlage, wie bei der Finanzierung. Also es ist halt einfach so dieses Thema beim Hausbau. Man wird nie wieder so leicht 10.000 oder 15.000 Euro sparen für wirklich die exakt gleiche Leistung, ne. Ja. Und das gilt aber für alles. Das gilt fürs Haus, für die Finanzierung, für die Photovoltaikanlage, für den Keller, für die Erdarbeiten, für alles. Ja. Und deswegen lohnt es sich. Lohnt. Auch wenn es mehr Arbeit ist am Ende des Tages. Natürlich, aber wer Geld sparen will, der muss halt auch was tun. Der muss halt auch was tun. Oder, und das ist Tipp 5, man kann sich da auch von der Kellerfirma begleiten lassen und mit der Kellerfirma zusammenarbeiten. Okay, warum? Weil manche Kellerbaufirmen im Prinzip so ein Servicepaket mit anbieten. Dass es sich um die Erdarbeiten kümmern. Also nicht, dass die Erdarbeiten ausgeführt werden, sondern die Ausschreibung der Erdarbeiten. Also das Angebote einholen, das vergleichen und dann eine Empfehlung abgeben. Vielleicht auch verhandeln sogar noch. Weil die Kellerbaufirma, die hat halt schon wieder mehr Ahnung von diesem ganzen Erdarbeitenthema. Und die wissen ja auch wieder, wie viel muss abgegraben werden für unseren Keller. Das heißt, das ist halt auch wieder ein Vorteil, wenn man jetzt den Keller nicht über die Baufirma direkt kauft, sondern wenn man selber direkt mit der Kellerbaufirma zusammenarbeitet oder sich die Kellerbaufirma auch nach dem aussuchen kann, ob die so ein Servicepaket anbieten oder nicht. Weil das machen auch nicht alle. Manche erwarten, dass halt die Grube fertig ist, dann wird der Keller reingestellt und dann gehen die wieder und sind halt einfach der billigste Anbieter. Aber wenn man jetzt ein bisschen mehr Service da haben möchte, das hat man dann halt wieder bei den Kellerfirmen, die vielleicht einen Euro teurer sind, aber eben so einen Service dann mitliefern. Und vielleicht sparst du dadurch bei den Erdarbeiten halt wieder was, weil du es A, selber nicht bewerten kannst, die Kellerbaufirma aber schon. Und B, weil du halt jemanden hast, der dann für dich vielleicht sogar noch verhandeln kann. Deswegen, also da könnt ihr gerne mal Bescheid geben, wenn ihr an sowas Interesse habt. Weil es gibt so ein paar Kellerbaufirmen, die sowas anbieten. Ist so, dass die Kellerbaufirmen sind jetzt auch nicht so stark im Marketing. Deswegen, bei den meisten sieht man das dann auch nicht irgendwie online oder sowas. Oder wenn man jetzt eingibt, Ausschreibung, Erdarbeiten, Kellerfirma, da wird man wahrscheinlich nicht sehr viel finden. Das heißt, da könnt ihr mich gerne mal fragen. Und B, könnt ihr auch selber natürlich immer die Kellerbaufirmen fragen, wenn ihr Angebote einholt, was wir eh immer empfehlen. Also auch für die Bodenplatte, wenn ihr euch da direkt an die Kellerfirmen wendet, dann könnt ihr einfach mal fragen, hey, wäre hier so ein Servicepaket buchbar für die Ausschreibung der Erdarbeiten, weil das würden wir einfach gerne abgeben beispielsweise. Oder man kümmert sich einfach selber drum, dann ist es halt ein bisschen mehr Aufwand und man muss halt gucken, wie bewertet man das Ganze. Vielleicht hilft einem da die Kellerbaufirma trotzdem noch, dass man sagt, hier, ich habe jetzt drei, vier Angebote von Tiefbauunternehmen. Welches soll ich denn nehmen oder worauf muss ich denn achten? Wird wie gesagt wieder bei diesen eher großen oder Massenanbietern, die halt sagen, ja, ich erwarte, dass die Grube fertig ist und fertig. Da wird es eher nicht gehen. Aber wenn man jetzt vielleicht eine kleinere Firma hat oder welche, die halt doch einen Service haben oder wo man direkt irgendwo schon intern einen Kontakt hat oder sowas und jetzt nicht nur mit einem Verkäufer spricht, da kann man das vielleicht machen und einfach mal fragen, ob da eine gewisse Unterstützung halt möglich ist. Genau. Super, hast du sonst noch einen Tiefbauunternehmen? Nee, nee. Also Erdarbeiten, wie gesagt, ist wirklich eine Geschichte, wo ihr aufpassen müsst, weil es sehr, sehr, ja, nach oben explodieren kann. Also tut es wirklich für ganz, ganz viele Leute. Auch die Bauherren und Bauherrinnen, die ich so interviewt habe bisher so im Podcast, war immer so ein Thema, wenn ich gesagt habe, ja, wo hattet ihr denn so unvorhergesehene Kosten, was lief denn nicht so nach Plan, haben eigentlich fast alle immer gesagt, ja, Erdarbeiten. Das heißt, vielleicht noch so der letzte Tipp, den man hier geben kann, plant halt einfach einen größeren Puffer schon mal ein, weil lieber habe ich am Ende ja einen Euro zu viel eingeplant, als einen Euro zu wenig, weil den muss ich wieder irgendwo hernehmen. Das ist immer so, ne? Das ist eigentlich immer so, aber bei den Erdarbeiten halt nochmal speziell, weil die nach oben wirklich so abweichen können, dass du es halt nicht mehr in dem, weiß ich nicht, dann in der Familie nochmal fragst, ne, ob du nochmal 3.000, 4.000 Euro, weil es jetzt halt ein bisschen teurer geworden ist, kriegen kannst, ne. Sondern da bist du halt wahrscheinlich immer beim Nachfinanzieren und das wird richtig teuer, ne. Deswegen da lieber immer einen Puffer einplanen und wie gesagt, mach da echt die Hausaufgaben am Anfang, weil es halt wirklich, wenn ihr halt ohne Bodengutachten, ohne eine Höhenvermessung, ohne verschiedene Angebote dazu eingeholt zu haben im Vorfeld, also das ist vielleicht auch noch wichtig, die, diese Angebote für die Erdarbeiten, ne, wenn ihr zu diesen Tiefbaufirmen geht, das könnt ihr auch wirklich sehr zeitnah machen, also das könnt ihr wirklich, bevor ihr euch für einen Hausanbieter entschieden habt, machen, ne, weil die müssen ja nur ungefähr, die sollen euch ja erstmal nur einen ungefähren Kostenvoranschlag geben, ne, das ist dann natürlich nochmal und dass man dann das Ganze verfeinert, wenn man weiß, okay, das Haus wird jetzt wirklich so und so breit, der Keller wird so und so hoch und so weiter, dann kann man, dann kriegt man ja auch erst diese, die Daten, die man dafür dann wieder braucht, aber ihr könnt natürlich, wenn ihr das Bodengutachten habt, die Höhenvermessung habt und ungefähr wisst, was es werden soll, könnt ihr natürlich erstmal schon mal die ersten Angebote einholen, ne, und dann müsst ihr halt einfach wissen, dass ihr trotzdem da noch eine gewisse Unsicherheit drin habt und noch einen Puffer einplanen solltet für, bis ihr eben wisst, wie viel wird es wirklich, ne, und bis die Angebote halt einfach konkret sind. Sehr gut. Sehr gut. Buch ist zu. Buch ist zu. Wenn ihr Fragen habt dazu, kann man uns immer gerne schreiben, ne. Kommentar oder kontakt at fertighausexperte.com Genau, der Flo ist gerne für euch da. Ich bin gerne da, beantworte die Fragen, wenn ihr da welche habt. Wenn ihr auch vielleicht eine Geschichte habt zu Erdarbeiten, ne, wenn ihr da schon durch seid und uns einfach mal berichten wollt, wie das bei euch war oder wenn ihr sagt, ja, wir haben das so und so gemacht, damit wir da vorher Kostenklarheit hatten oder einfach ein bisschen mehr, auch immer gerne schreiben, finden wir auch immer cool, ne, wir lernen da auch immer gerne noch was dazu. Ja, total interessant, da könnte man auch dann mal drüber reden und da einfach mal ein paar Beispiele dann erklären, ne. Genau, das wäre auch cool. Also wenn ihr da Beispiele habt, wie ihr es gemacht habt, ähm, schreibt uns einfach einen Kommentar, ähm, oder schreibt uns direkt und dann, äh, ja, hören wir uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis dann. Bis dann.